Wir sind jetzt gerade bei der Grenze zu Ungarn und die ungarische Polizei versprüht sehr viel Tränengas über die Grenze nach Serbien. Sehr viele kleine Kinder gehen fast unter in diesem Nebel, sie weinen, sehen nichts mehr und die Leute laufen davon. Alle paar Sekunden wird wieder neu gesprüht, es ist ganz furchtbar da auf der Grenze. Fuck, jetzt habe ich das schon wieder im Gesicht. Gehen wir, Lisa.